So, Tag hier Kanonenköppe, vor dem Mannschaftsquartier der Deutschen Nationalmannschaft hier sieht man so ein Bus, da schlafen sie drinnen. Es ist echt geil und... Ja, Jogi, dann komm doch runter! Du willst doch was von mir! Ich komm nicht hoch, der Aufzug ist kaputt. Ja, dann mach, komm! Herr Gureska, geht das Spiel aus? Würden wir einmal fragen? Ja, 3-1 für Deutschland. Frisurentechnisch noch Tipps für mich oder ist alles optimal? Tipp 5-7 für Kurska. Gewöhnungsbedürftig. Das ist nett umschrieben, sieht absolut kacke aus wahrscheinlich, oder? Das ist gewöhnungsbedürftig, siehst du, Frauensprache musst du lesen können. Ich bin den ganzen Tag vor euch heute live, live is live. Was soll das denn? Du bist die Schlimmer als ein Zweikampf. Für dich? Für mich? Für mich? Für mich. Perfekt, Mann. Perfekt, Mann. Perfekt, Mann. Perfekt, Mann. Es ist frei. Das ist okay. Danke. Hast du Tickets für das Stadion? Ja. Ja? Ich auch. Wir müssen Thomas Müller einbilden. Herr Müller? Wir müssen fragen, wie das Spiel ausgeht. Ey, das ist auch einer. Das ist typisch deutscher Film. Ey, das ist, das sind die komplett seriösen Ticketverkäufer. Wo man sagt, natürlich, da kaufe ich mir mein Ticket. Ich schreibe auf so ein Plastikding. Ich schreibe einfach drauf, ich habe zwei Tickets abzugeben. Da bin ich 100% safe, dass ich da heute Abend ins Stadion kommen möchte. Boah. Geil, ne? So eine, das ist für einen Brezel, äh, für einen Hermann ist das so eine Brezel. Kennt ihr, wie es ihm so Tüten gibt? Herzlich willkommen hier vor dem Mannschaftshotel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Heute im Spiel, ja, gegen Portugal wird natürlich entscheiden die ganze Kiste. Bis jetzt war noch keiner draußen. Jetzt muss man natürlich, wer sich in München auskennt, weiß. Hier um die Ecke ist direkt der englische Garten. Also ich denke mal, die sind alle noch im Biergarten, beim chinesischen Turm, ne? Da kommt ja jetzt, das ist der offizielle Bus der Portugiesen. Wenn wir den einmal hier sehen. Steht vorbei. Da auch. Siehst du, der Fahrer ist entspannt von Portugal, das ist klar. Die haben so einen Knickbus, weil die haben einen großen Kader. Die hatten ja eine Corona-Infektion. Ah, hier, wunderbar. Da sind ja die ersten. Guck mal, Jogis Jungs. Die ersten sind, ne, Mats Hummel. Geil. Hinten auf dem Segway drauf. Das sind so Sachen, weißt du, kannst du keinem, das sind Trainingsmaßnahmen, die sind modern. Ja, wenn man sich das einfach da hinten behandelt, ne? Hummelz, Kurve! Man muss ja den Leuten auch nochmal Anweisungen geben und so weiter und so fort, ne? So, wie versprochen, gleich geht es los. Deutschland gegen Portugal und ich bin live vorm Stadion. Das Wichtigste vorweg, im Übrigen ist hier sehr wenig los dafür. Das ist eigentlich gleich, dass hier 14.000 Leute und so weiter, das hier irgendwie losgehen soll. Und der Hermann ist auch noch nicht da. Das ist das allergeilste. Der hat die Karten, ne? Und es soll ja gleich losgehen. Hermann, du dickes Ding, wo bist du? Ja, ich bin da! Was? Ich bin doch hier, Mensch! Wer hat noch ausgemacht vor der Arena? Ja sicher! Wo denn sonst? Ich bin vor der Arena. Was? Ja, na klar! Es gibt in München, gibt es für mich nur eine einzige Arena. Und die steht nach wie vor am Grünwalder Stadion. Was? Die Allianz? Was? Wie? Was? Wie verarschen oder was? Und überhaupt keiner da! Ich bin der einzige hier am Stadion! Kotzt doch die Jünger, ey! Ja, dann mach ich mich jetzt auf auf die... Was? Hermann, du willst mich... Hör mal, Hermann! Wenn du jemals wieder... Du kannst doch nicht... Ist doch noch Zeit, 55 Minuten! Und jetzt hat der Hermann, der dicke Doof, hat mein Ticket verkauft! Scheiss Hermann!